machen wir noch mal alles das ganze Das ist der Panzer. Nochmal im Blub-Wasser. Naja. Kann ich auch nichts für. Ansonsten muss ich nicht mal überlegen, wie man einen Panzer kaputt kriegt hier im Spiel. Oh, wo war der jetzt? Ach, der da? Fuhbara? So. So, jetzt auch von hinten durch den Arsch... äh, durch die Nase. Oh, da hab ich aber echt die Granate getroffen. Merkwürdige Funktionsabfrage, mal treff ich, wenn ich dann schieße und mal zieh ich genau noch mal mal treffe. Ich muss den Optionen übrigens mal nachgucken, ob man nicht diese Röntgen-Cam hier wieder Zeit anmachen kann. Ich meine, es war schön und gut, dass man... Oh, oh. Oh, oh. Aber ich kann immer noch nicht genau erkennen, wo ich den hier kaputt machen soll. Na, lass mal noch ein bisschen weiterfahren. Ich bin nicht recht toast. Oder was? Oh! Fahr weiter. Fahr. Tankdeckel. Und wo bei diesem Panzer ist der Tankdeckel? Das Ding da? Yo. Ja, fuck du, da hätte ich das ja gar nicht machen müssen. Treibstoff, Tank. Okay, jetzt weiß ich aber wenigstens Bescheid. Jetzt kommen die hier auch noch alle an! Ich werd nicht mehr. Oh, hinlegen. Bam! Ah, das ist ein Schade. Nee, obwohl... Merkwürdig. Ich hätt' ich voll daneben geschossen. Alter, du da oben, du... Verpiss dich jetzt erstmal ne Runde. Ich bin das jetzt eigentlich die Russen. Nur die Deutschen, gegen die ich jetzt kämpfe. Also, ich bin leicht flabiert. Ach, das wird ein Treffer. Jetzt muss ich mal den Optionen nachgucken. Das geht ja gar nicht. Feind und Tutorial. Vibration. Helligkeit. Steuerung. Ich hab' echt keinen Plan. Komm, zeig mir deine Visage! noch jemand da, der mich ärgern kann? Nein? Gut. Dann sind wir uns ja alle einig. Ich kann mich auf die Ruhe jetzt durchmarschieren. Und dann... Und dann... Kann ich auch diese... Oder auch nicht! Es war ja klar, dass man mich nicht lässt. Ach, das ist ein bisschen voll. Nein. Schnell nachladen. Ah, einer weg! Boah! So, letzter hat gesessen. Der hat sich gleich ganz verpieselt. Ich glaube, der will mir in den Rücken fallen. Ich wusste es! Hat aber auch was Gutes. Jetzt weiß ich, dass wir da hinten rum können. Doch auch was wert. Diese Information. Ach, jetzt wird das mal wieder von eins einfach geschossen. Ich geh' in Deckung! Und... Oh, das wird ein Treffer. Aber direkt da. Woa! Woa! Grenade getroffen! Obwohl ich da noch nicht mal draufgegeheelt habe! Okay. Bam! Neue Mann ohne Fahrschein! Nein! Oh Gott! Bin ich ja ausnahmsweise mal zufrieden. Oder ist hier noch irgendwo jemand? Ja. Warum frage ich eigentlich so blöd? Bist du, du Drecksack! Ich weiß, dass du hier bist. Irgendwo... Aha! Hast du verraten, Kollege! Ich weiß nicht mal, Kollege! Der voll durchstehungige Flügelgeschosse! Wow! Ruhe. Immer noch nicht. Was ist denn direkt so? Ach, egal. Du, ich lade noch nebenbei. Na, ich würde sagen... Ja, das war auch diese Mission. Meine Güte. Scharfschützen Geselle habe ich jetzt. Yeah, ich bin Geselle. Ich habe die Ausbildung abgeschlossen. Geil. Ja, und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Bis dahin, Leute. Und Tschüss, Sikowski.